Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Sportmagazin AVI Angriff. Bei mir zu Gast sind heute Carola Bott und Michael Schrader. Carola Bott ist mehrfache deutsche Meisterin im Badminton und Michael Schrader ist Vize-Weltmeister im Zehnkampf. Sie fragen sich jetzt sicherlich, in welcher Verbindung die beiden Sportarten zueinander stehen. Das ist auch vollkommen berechtigt und das werden wir auch direkt aufklären. Hallo Carola und Michael, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Hallo, vielen Dank. Carola, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sportarten. Warum gibt es euch denn oftmals als Doppelpack? Ja, das hat vor sechs Jahren angefangen. Da haben wir uns bei der Bundeswehr kennengelernt. Und ja, jetzt sind wir seit sechs Jahren ein Pärchen und er begleitet meine Wettkämpfe, ich seine. Und wir sind zwar schon ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen, aber es passt. Gegensätze ziehen sich an, wie man immer so schön sagt. Du bist professionelle Badminton-Spielerin und hast in Stockstadt angefangen bei deinem Verein. Mit wie vielen Jahren damals denn? Boah. Also durch das, dass mein Vater und meine Mutter hobbymäßig gespielt haben, bin ich natürlich schon, ich glaube, da war ich drei oder vier, bin ich immer mit in die Halle. Mit meiner Schwester dann zusammen und dann haben wir schon Schläger in die Hand genommen. Ich glaube, mit sechs oder sieben habe ich mein erstes kleines Turnier gespielt und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Und ab wann war denn der Zeitpunkt da, wo du sagst, okay, das will ich unbedingt professionell machen, da habe ich das Talent dazu? Ja, ich glaube, das war so mit 13, 14. Da war ich, glaube ich, in Großwaldstadt schon im Verein. Und da hatte ich auch einen guten Trainer, der mich natürlich dann sehr unterstützt hat und mir viel Training gegeben hat und mir natürlich viel beigebracht hat. Und so hat sich das dann entwickelt. Und was waren so deine größten Erfolge in deiner bisherigen Karriere? Ja, 2008 sind wir mit der Damen-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft Dritter gewonnen. Das war ein super Erfolg. Und für mich war jetzt so die Qualifikation für Barco für die ersten European Games natürlich war mega geil und war so ein schöner Abschluss für mich. Da hast du auch gut abgeschlossen. Ja, wir mit meiner Doppelpartner und ich, wir spielen erst seit, wir haben ein Dreivierteljahr zusammen und haben dann auch schnell die Quali geschafft. Und dafür haben wir wirklich super gespielt im Barco. Viertelfinale dann verloren, aber gegen die Siegerinnen dann. Also von daher, man braucht sich nicht schämen. Ja, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Du hast gerade schon das so ein bisschen angedeutet. Du hast jetzt deine internationale Karriere an den Nagel gehängt. Wieso ist die Entscheidung gefallen? Ja, es sind mehrere Sachen. Ich hatte auch viele Verletzungen, mache momentan noch eine Ausbildung und muss man schon viel investieren. Ich möchte eine gute Ausbildung machen, weil man kann ja nicht sein Leben lang Sport machen. Ja, da kommen ganz viele Faktore zusammen. Dann auch, war nicht sicher, ob ich mit meiner jetzigen Partnerin zusammenspielen darf. Also hätte es vielleicht nochmal einen Partnerwechsel gegeben und dann nochmal von neu anzufangen in der Weltrangliste mit 31 Jahren. Dann, nee, muss nicht sein. Das heißt, wie geht es jetzt konkret für dich weiter? Ja, also Bundesliga, zweite Liga spiele ich auf jeden Fall. Da spiele ich ja für den BC Wipperfeld. Da freue ich mich auch drauf, weil das ist echt eine junge Truppe. Und wir haben unheimlich viel Spaß und mal gucken, ob es vielleicht in die erste Liga geht. Wir machen gleich mit dir weiter. Gehen wir mal kurz weiter an den Michael. Michael, du bist Zehnkämpfer. Finde ich eine super spannende Sportart, weil das total abwechslungsreich ist. Wie kommt man denn auf Zehnkampf? Ja, in der Leichterität fängt man grundsätzlich mit dem Mehrkampf eigentlich immer an als Kind. Ich habe Dreikampf gemacht als, weiß nicht, Acht-, Neunjähriger. Dann habe ich den Vierkampf gemacht später als, sagen wir mal, Zehn-, Elfjähriger. Dann in dem Jugendbereich kam dann der Achtkampf dazu. Dann der Zehnkampf mit 16 habe ich, glaube ich, den ersten Zehnkampf gemacht. Genau, und da war ich dann relativ gut. Mit 18 bin ich Deutscher Meister geworden. Und wenn man Deutscher Meister ist, glaube ich, hört man dann nicht mehr mit der Disziplin auf. So hat sich das dann fortgeführt und bin dann relativ schnell sehr erfolgreich gewesen. Und ja, das Training macht einfach so viel Spaß, dass die Abwechslung auch da ist. Und deswegen mache ich es sehr gerne. Zehnkampf, kannst du vielleicht einfach den Zuschauern nochmal ganz kurz sagen, welche Disziplinen das alles beinhaltet? Ja, also der erste Tag sind die 100 Meter. Damit geht es los. Dann kommt der Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und 400 Meter. Das ist immer ein sehr harter Abschluss für den ersten Tag. Da brennen die Beine ganz schön. Am zweiten Tag geht es dann mit den 110 Meter Hürden weiter, dem Diskuswurf, Stabhochsprung, Sperrwurf. Und am Ende die Quäldisziplin eigentlich für jeden Zehnkämpfer, die 1500 Meter. Also einer der wenigen Sportarten, die sich wirklich über zwei Tage streckt. Ja, und es macht aber trotzdem Spaß. Dieser Kampf daran ist das, was einen irgendwie reizt. Und da hat ja jeder auch sicherlich seine Königsdisziplin. Was ist deine? Ich finde, meine Königsdisziplin ist der Weitsprung, muss ich zugeben. Da springe ich mit in der Welt am weitesten. Die Disziplin, die ich am liebsten mache, ist Stabhochsprung. 8,05 Meter ist meine Bestleistung. Genau, damit hatte ich auch schon mal die Norm im Einzelnen für die Weltmeisterschaft. Und meine Lieblingsdisziplin ist eigentlich Stabhochsprung. Da habe ich mir am Wochenende leider die Finger verbrannt. Aber passiert auch mal. Wie hast du das geschafft? Ja, ich bin wie so ein Feuerwehrmann am Stab runtergerutscht. Und da bin ich nicht drin geübt. Da sollen die Feuerwehrmänner sich drauf schützeln. Nein, das war heiß am Wochenende. Ich hatte schwitzige Finger und da hatte ich keinen guten Grip am Stab. Und sieht man das noch? Ja, eine leichte Blase an den Fingern. Aber es wird schon besser, ja. Zwei Tage noch, dann kann ich wieder alles machen. Ich würde gerne bei diesem Stabhochsprung nochmal kurz einhaken. Wie hoch ist das dann? Ja, meine Bestleistung ist 5,10 Meter. Und jetzt am Wochenende gar keine Höhe geschafft. Aber das passiert. Also das ist echt auch immer so eine Disziplin, wo ich vor dem Fernseher sitze und schon gleich beim Anblick Höhenangst bekomme. Wo fängt man da an? Ja, ich steige mal jetzt im... Also generell, wie hast du da angefangen? Als ich jünger war, ja. Als ich jünger war, da fängt man an, in eine Weitsprunggrube zu springen. Also da springt man ungefähr einen Meter über dem Boden und landet erstmal im Sand. Und das musste ich, glaube ich, knapp ein Jahr machen, bevor ich an die Anlage durfte. Da wurde ich echt wahnsinnig, weil ich als kleiner Bengel immer schön auf der Matte rumgeturnt bin und immer Saltus gemacht habe. Ich wollte so schnell wie mich an die Matte. Und da musste ich erstmal ein Jahr in die Sandgrube springen und da wurde ich wirklich wahnsinnig. Und als ich dann an der Matte war, habe ich es auch relativ schnell begriffen. Ich war nie einer, der Angst vor sowas hatte. Ich war immer furchtlos und dann habe ich immer sehr schnell solche Sachen verstanden. Ja, und ist dir da auch schon mal irgendwas passiert, außer jetzt mit der Blase am Finger? Dass man da mal irgendwie ganz dumm auf den Rücken gefallen ist? Ja, ich bin auch schon mal vor die Matte geflogen. Ich bin schon mal neben die Matte geflogen. Mir ist schon mal ein Stab gebrochen. Da ist aber bei allen Sachen Gott sei Dank nie was passiert. Ich habe mal den Fuß so ein bisschen gestaucht, als ich aus fünf Meter Höhe wieder auf die Tartanbahn geflogen bin. Aber jetzt grundsätzlich ist mir da Gott sei Dank noch nie was wirklich passiert. Und was sind deine nächsten Lieblingsdisziplinen? Du hast jetzt gesagt, hier vorne dabei ist der Stabhochsprung und der Weitsprung. Das sind jetzt zwei Sprünge. Wie sieht es aus mit Rennen? Ja, 100 Meter rennt man sowieso immer gerne. Da ist die Nervosität immer nur sehr groß. Vor den 100 Metern ist man immer total nervös. Das mache ich aber auch sehr gerne. Und momentan renne ich auch sehr gerne die 400 Meter. Das ist eigentlich eine Disziplin, wo man sich quälen muss. Aber momentan bin ich da ganz gut drauf und habe da irgendwie Spaß angefunden. Andere Jahre, da habe ich mich nicht so drauf gefreut. Aber irgendwie dieses Jahr ist so eine Disziplin, die ich richtig gerne mache. Ein großes Ziel von Michael ist es unter anderem, sich für die Olympischen Spiele nächstes Jahr zu qualifizieren. Und inwieweit das realistisch ist, das sehen Sie nach einer kurzen Pause. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Erlebnispark Steinau. Ein Spaß für die ganze Familie. Sommerrodelbahn, Schatzsuche, verschiedene Fahrgeschäfte, Streichelzoo und Grillhütten. Auf rund 25 Hektar können Familien zahlreiche Attraktionen und die Natur genießen. Der Familien- und Freizeitspaß im Grünen. Erlebnispark Steinau. Inmitten der reizvollen Landschaft des hessischen Spessarts. Erlebnispark Steinau. Erlebnispark Steinau. Erlebnispark Steinau. Erlebnispark Steinau. Was war das denn? Löwe. Gute Fenster. Dafür steht Löwefenster mit eigener Produktion seit 1930. Und Auto geht zu Brass. Ihre Gedanken drehen sich nur noch um Ihre Immobilie? Sie haben sich das einfacher vorgestellt? Sie dachten, es geht auch ohne Makler? Lassen Sie uns für sich arbeiten. Ob Häuser, Grundstücke oder Wohnungen. Wir helfen Ihnen beim Verkauf oder der Vermietung Ihrer Immobilie. Gödert Immobilien. Seit 45 Jahren eine erste Adresse, wenn es um Immobilien geht. Direkt gegenüber Aschaffenburger Hauptbahnhof. Der Kletterwald in Haibach. Von einfachen Kletterelementen in Bodennähe bis zu waghalsigen Sprüngen in der Höhe. In 5 verschiedenen Parcours von 3 bis 12 Metern bieten wir alles, was den Puls nach oben treibt. In Begleitung von Erwachsenen können auch die Kleinen ab 4 Jahre ihren Mut auf die Probe stellen. Erlebe den Kletterspaß mit deiner Schulklasse, der Firma, dem Verein oder mit deiner ganzen Familie. Der Kletterwald in Haibach. Willkommen zurück zum Sportmagazin AVI-Angriff. Heute bei mir zu Gast die beiden Profisportler Carola Bott und Michael Schrader. Carola Bott ist professionelle Badminton-Spielerin und Michael Schrader ist Vize-Weltmeister im Zehnkampf. Carola, wir haben uns vor der Pause schon ein bisschen über deine Sportart unterhalten. Du machst es schon seitdem du drei Jahre alt bist und hast jetzt so ein bisschen deine Karriere an den Nagel gehängt. Zumindest deine internationale Karriere auch verletzungsbedingt. Ja, richtig. Also ich hatte jetzt meine fünfte Arthroskopie am rechten Knie. 2013 hatte ich eine Knorpelanbohrung gehabt und musste dann ein Jahr pausieren. Also dann durfte ich keinen Sport machen, nur Reha aufbauen. Und ja, bin dann 2014 im Sommer wieder eingestiegen und hatte jetzt eine tolle Saison gehabt. Und ja, es gibt ja noch ein Leben nach dem Sport und mein Knie hält momentan ganz gut. Ich habe zwar immer wieder Probleme, aber ich möchte es natürlich auch nicht zu sehr reizen. Und ja, weil ich ja Angst habe, dass es natürlich auch wiederkommen kann. Genau, das heißt für dich geht es jetzt in der zweiten Bundesliga weiter und du hast mehr Zeit, deinen Freund Michael zu unterstützen bei seiner Sportart. Genau, ja. Das wirst du natürlich super machen. Und ich habe ganz vergessen, die Liddy anzukündigen. Die ist nämlich jetzt ganz neu dazugekommen. Gerade juckt sie sich. Das ist eure Hündin, die ihr seit drei, vier Jahren habt. Und ja, die ist jetzt noch ein bisschen dazugestoßen, ist aber ganz brav, also braucht sich keiner vorzuschrecken. Genau, ja, die hat ein bisschen gejammert, deshalb ist sie jetzt bei uns wieder. Also liebe Zuschauer, nicht, dass sie sich wundern. Machen wir bei dir weiter. Du hast Einzel- und Doppelgespielt. Was war denn immer so deine Lieblingsdisziplin? Lieber mit einer Partnerin oder lieber alleine? Ja, also ich habe ja jahrelang eigentlich Einzelgespielt und das habe ich auch sehr gerne gemacht, weil wenn ich auf dem Spielfeld war und ich habe ein Spiel verloren, dann war ich natürlich dran schuld. Nach meiner Verletzung habe ich dann gesagt, okay, es ist ein bisschen schwierig mit der Kniesache dann nochmal Einzel zu spielen. Der Aufwand ist natürlich auch viel größer im Darm-Einzel, was Trainingstechnik, also Trainingstechnik, was ich da alles machen müsste. Und deshalb bin ich dann letztes Jahr ins Darm-Doppel gegangen, weil ja einfach die Laufwege nicht so weit sind und ja, der Trainingsaufwand auch nicht ganz so enorm ist. Ja, und dabei bin ich jetzt eigentlich auch geblieben und ich habe aber sehr viel Spaß im Darm-Doppel, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Und ich habe eine sehr junge Partnerin, sie ist erst 20 und wir hatten halt unheimlich viel Spaß gehabt, weil sie hat so viel Energie gehabt und die ist dann doch noch ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so viele Sachen kannte sie noch nicht und da konnte ich ihr natürlich viel helfen und sie hat auch viel von mir gelernt und das war super für uns beide. Genau, so eine gegenseitige Unterstützung. Sie die Spritzige und du die Erfahrene. Jetzt wollen wir gerade nochmal wieder zu Michael rüber gehen. Ihr seid seit ein paar Jahren ein Paar, habt euch bei der Bundeswehr kennengelernt und du bist Zehnkämpfer, was ja wirklich eine sehr abwechslungsreiche Sportart ist. Ich glaube, abwechslungsreicher geht es gar nicht mehr und hast auch gerade vor der Pause schon ein bisschen was über deine Lieblingsdisziplinen erzählt. Das war hauptsächlich das Springen. Stabhochsprung und Weitsprung. Wie sieht es denn aus mit Kugelstoßen und Sperrwurf? Das gehört ja auch noch alles dazu. Ja, Sperrwurf mag ich eigentlich, aber da habe ich immer Ellbogenprobleme. Da habe ich jetzt auch dieses Jahr beim Wettkampf ein dickes Ei am Ellbogen gehabt, weil ich mir da irgendwas verletzt habe, irgendwas gezogen habe. Kugelstoßen mag ich gar nicht, da sind meine dünnen Ärmchen nicht stark genug für die 7-Kilo-Kugel. Und ja, Diskuswurf ist eigentlich eine schöne Disziplin. Der wiegt 2 Kilo, unser Diskus. Das ist eine sehr entspannte Disziplin. Da kann man immer ein bisschen runterfahren im Zehnkampf, kann man ein bisschen Pause machen, sage ich mal. Und ja, die Wurfdisziplin mache ich bis aufs Kugelstoßen auch gerne. Sperrwurf tut leider weh. Wie trainiert man denn unter der Woche? Trainierst du wirklich jede Sportart einmal in der Woche oder versuchst du es so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten? Ja, auf jeden Fall abwechslungsreich. Wir trainieren nicht jede Disziplin in der Woche. Manchmal, wenn mal irgendwo was zwickt oder wenn mal die Schulter weh tut, macht man den Sperrwurf halt mal ein, zwei Wochen nicht. Aber ansonsten macht man fast alles. Also wir trainieren fast jeden Tag zweimal. So circa 12 Einheiten machen wir die Woche. Sonntags ist immer frei. Der Sonntag ist heilig, da muss ich ausschlafen. Da brauche ich auch mal eine Pause. Und ansonsten dann wird morgens mal Sprint trainiert, abends Weitsprung und dann wird es immer so im Wechsel werden solche Sachen dann trainiert. Du bist deutschlandweit unterwegs und dein aktueller Verein ist der SC Hessen Dreieich. Von denen wirst du auch gesponsert. Trainierst du dann auf deren Gelände oder hast du gar keine feste Trainingsstätte? Ja, momentan ist meine feste Trainingsstätte in Halle an der Saale. Da habe ich meine Trainingsgruppe. Da trainiere ich beim Siebenkampf-Bundestrainer Wolfgang Kühne und habe dann eine gute Trainingsgruppe mit Rico Freimuth zusammen und mit noch zwei Siebenkämpferinnen. Und ja, in Dreieich bin ich des Öfteren auch mal. Da trainiere ich ab und zu mal ein paar Kinder. Die freuen sich dann immer, wenn ich da bin. Denen kann ich ein bisschen was beibringen und da ist eigentlich immer eine schöne Sache. Wie alt bist du denn jetzt? Ich glaube 28. Ja, ich bin schon 28. Schon 28. Erst 28. Erst 28. Erst 28. Ich mache mal so. Das heißt, wie lange geht deine Karriere noch? Ich hoffe noch lang. Also grundsätzlich sagt man so 33, 34 ist das Limit. Und ich hoffe, dass ich da auch hinkomme, weil ich habe noch ziemlich viel Spaß an der ganzen Sache und will noch ein paar Jahre mitnehmen. Und 2020 will ich auf jeden Fall noch mal die Olympischen Spiele angreifen, wenn meine Knochen so lange halten. Und ja, das ist also das Minimalziel. Gut, aber das erste Ziel ist jetzt erst mal nächstes Jahr in Brasilien anzugreifen. Genau. Wann kannst du dich dafür qualifizieren? Ja, nächstes Jahr Ende Mai haben wir immer das Traditionsmeeting in Götzes. Das ist so einer der bekanntesten Zehnkämpfe der Welt. Jeder, der Rang und Namen hat, war schon mal da und hat da mitgemacht. Und da können wir uns qualifizieren. Und noch mal drei, vier Wochen später ist das meistens in Ratingen, in der Nähe von Düsseldorf. Da ist noch mal ein Qualifikationswettkampf und da können wir uns für die Olympischen Spiele qualifizieren. Also es ist alles sehr kurzfristig, weil die sind ja glaube ich dann schon im Juli, August. Ja, ich glaube Anfang August sind die Olympischen Spiele schon, genau. Ja, das ist in Deutschland so. Da wir eine breite Masse, sage ich mal, an Leistungsträgern haben, kann man jetzt nicht ein Jahr vorher sagen, du und du bist qualifiziert, weil in einem Jahr kann sich viel verändern. Man kann entweder verletzt sein oder die Leistung kann auch den Bach runtergehen und deswegen muss man sich immer direkt im Vorfeld qualifizieren. Wie realistisch schätzt du deine Chancen ein? Wenn ich gesund bleibe, sehr realistisch. Okay, du hast gerade aber vorhin schon angesprochen, du bist so einer, der sich ständig verletzt. Ja, ich war jetzt die letzten Jahre von Dezember 2008 bis 2013, war ich eigentlich regelmäßig verletzt. Hab da fast gar keine Wettkämpfe machen können, immer mal wieder einen Wettkampf gemacht, dann war ich wieder verletzt und 2013 bin ich dann Viz-Weltmeister geworden. 2014 war ich leider wieder verletzt und ja, dieses Jahr sieht es ganz gut aus. Ich bin dieses Jahr gut durchgekommen, bin eigentlich verletzungsfrei und ich hoffe, dass es bis nächstes Jahr noch so bleibt. Ja, das hoffen wir natürlich beide. Carola, vor allem, du musst ja den Michael dann ganz besonders unterstützen, denn du hast jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, begleitest du ihn dann auch bei seinen Wettkämpfen? Ja, ich bin eigentlich überall dabei. Also ich fliege jetzt auch mit nach Peking ist das, glaube ich. Naja, ich muss jetzt selber überlegen. Ja, am Wochenende waren wir noch in Stuttgart, ja, in der Nähe von Stuttgart. Also ja, ich komme schon rum. Also sein Bruder ist auch immer dabei. Wir sind eigentlich immer am Start. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und danach sind wir natürlich wieder zurück mit dem sehr sympathischen Sportlerpärchen. Also bleiben Sie unbedingt dran. Bis gleich. Sie suchen den Nervenkitzel? Sie wollen Adrenalin? Überwinden Sie die höchste und längste Seilrutsche Deutschlands oder das ultimative 20 Meter Freifallerlebnis beim Tree Jump. Parcours von leicht bis schwer und für die kleinen Abenteurer Kinderparcours ab drei Jahre. Kletterwald Spessart-Halgenbrücken. Ein Erlebnis der besonderen Art. Für jeden Anlass, für jeden Anspruch und für jede Altersgruppe. Ausgezeichnet als 5 Sterne Kletterwald mit dem weltweit besten Sicherheitssystem. Ein Ausflugsziel und Spaß für die ganze Familie. Du willst jung und preiswert wohnen? Kein Problem mit Mobile Wohnspaß. Entdecke jetzt Woche für Woche den Mega-Deal. Diese Woche Wohnwand Clodin für unschlagbare 229 Euro. Aber nur bis 15. August und nur bei Mobile in Sulzbach am Main. Wir sehen uns bei Mobile in Sulzbach, dem Wohnspaß. Unser Ferientipp. Therme Erding. Die größte Therme der Welt lädt Sie ein. Willkommen in Ihrem Urlaubsparadies. Die Michaelis-Messe in Miltenberg. Das größte Volksfest am Bayerischen Untermain. Mit Volksfeststimmung in Festzelten bis in die Abendstunden, Marktstände, Vergnügungspark und Ausstellungen. Und zum Festausklang am Sonntagabend, 6. September um 21 Uhr, das Brillanthöhenfeuerwerk. Viel Spaß auf der Michaelis-Messe in Miltenberg. Vom 28. August bis 6. September. Bei rheumatischen Schmerzen in Rücken, Gelenken und Muskeln vertrauen Sie auf das natürliche Arzneimittel Rubax. Rubax wirkt effektiv und ist gut verträglich. Rubax hat mir mehr Beweglichkeit gegeben und dadurch ist auch die Lebensqualität gestiegen. Rubax – stark bei rheumatischen Schmerzen in Rücken und Gelenken. Rezeptfrei in jeder Apotheke erhältlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Herzlich willkommen bei Appel Baufinanzierung in Niedernberg, einem der größten freien Vermittler für Immobilienfinanzierungen im Raum Aschaffenburg. Ich bin Christian Appel und ich finde für Sie den Bankpartner, der Ihre Wünsche am besten erfüllt. Hohe Verlässlichkeit, günstige Zinsen und flexible Finanzierungsstrategien sind mein Markenzeichen. Mein Angebot umfasst sowohl ortsansässige wie auch überregionale Bankpartner. Sie entscheiden, ob Sie den Klick in der Stadt lassen oder aber einem anderen Anbieter den Vorzug geben. Lass den Klick in deiner Stadt. Eine Initiative von main.tv aus Leidenschaft für unsere Region. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. Prima Sonntag bringt Deutsche Vita an den Untermain. Gewinnen Sie ein unvergessliches Wochenende mit der italienischen Arte Calessino. Ob durch die Altstadt von Aschaffenburg, durch den Spessart oder den Kallgrund. Mit der Arte Calessino verspüren Sie ein echtes italienisches Lebensgefühl. Prima Sonntag bringt Sie Italien ein Stück näher. Willkommen zurück zu Avi Angriff heute mit dem Sportlerpärchen Carola Bott und Michael Schrader. Carola ist Badminton-Spielerin und Michael Schrader ist Zehnkämpfer. Carola, du bist auch eine richtige Trendsetterin im Badminton, habe ich gelesen. Inwiefern denn? Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ja, aber du warst Trendsetterin. Ja, ich glaube da war ich so 17 oder 18 und die Badminton-Kollektionen waren immer weite T-Shirts, weite Hosen. Also es gab keine Männer- und keine Frauen-Kollektionen. Es gab immer nur eine Männer-Kollektion und das hatten natürlich die Frauen dann auch an. Zu der Zeit habe ich eine Ausbildung beim Saarländischen Tennisbund gemacht. Natürlich war ich dann ganz nah dran an den Tennisspielerinnen und habe immer die tollen Nike-Klamotten oder Adidas gesehen. Und ich fand das einfach so schön und dann habe ich angefangen auch, ich sage mal, Röcke und Kleider zu tragen. Also du hast angefangen den Sport sexy zu machen, sozusagen. Ja, so könnte man das sagen. Es hat sich auch gehalten. Also mittlerweile gibt es unheimlich tolle Klamotten im Badminton. Das ist echt sehr schön. Ja, also ähnlich wie im Tennis. Ja, genau. Da merkt man auf jeden Fall eine Ähnlichkeit. Und das hat sich auch ausgezahlt, denn du durfst dann gleich auf das Titelbild der Maxim-Männer-Zeitschrift. Richtig. Wie lange ist das her? Oh Gott. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich tippe mal so zwölf Jahre. Ist schon so lange? Ja, ich bin schon 31. Achso, ja, nee, ich bin gerade überrascht, wie jung du damals noch warst. Also so elf, zwölf Jahre könnte das schon her sein. Ja, es war natürlich ein schönes Erlebnis auch für mich. Ich bin, ja, wie soll ich sagen, ich habe bei Babula dann einen super Vertrag auch bekommen, weil ich so ein bisschen als Werbeträgerin dann für die da war und war da lange Zeit auch. Ja, und man hatte natürlich viel Aufmerksamkeit. Was ist Babula? Muss ich gerade nochmal nachfragen. Achso, das ist ein Ausrüster vom Badminton. Und dann wurdest du auch für den Playboy angefragt? Ja. Hast du aber abgelehnt? Genau. Aus welchen Gründen? Naja, also ich war ja da noch sehr, sehr jung und für mich kam das in dem Moment einfach nicht in Frage, weil ich mir dachte, okay, jetzt seh zu, dass du sportlich ein bisschen was erreichst und dann kannst du da nochmal drüber nachdenken. Aber in dem Moment, ich wollte da nicht nur in diese eine Schiene gehen, ich wollte halt so ein bisschen beides machen. Genau, also ich glaube, Anna Konikova ist dann eher in die eine Schiene gegangen und von der hat man dann auch nicht mehr so viel gehört. Du hast es anders gemacht, also alles richtig. Genau, Michael, wie findest du das, wenn deine Freundin da in der Maxim zu sehen ist? Ja, ich war ja dann noch deutlich jünger, aber das war glaube ich das Alter, wo ich mir auch mal die FHM und Maxim gekoche. Aber ich glaube, die Zeitung hatte ich wahrscheinlich auch. Die Zeitung hatte ich wahrscheinlich auch. Das ist eigentlich der wahre Grund, wie ihr euch kennengelernt habt, ne? Die Bundeswehr ist wahrscheinlich nur immer so ein Vorwand. In der ersten, ich glaube, bei StudiVZ hatte ich ihm eine Freundschaftsbitteilung geschickt und da hat er mich auch, hat er direkt zurückgeschrieben und da hat er auch geschrieben, du warst doch mal in der Maxim und so. Also er hat es irgendwo wohl gesehen. Also die Zeitung hatte ich wahrscheinlich zu Hause, ja. Klar, wenn wir uns jetzt auch nicht weiter fortführen, denn eigentlich geht es ja heute um eure beiden Sportarten. Du bist, wie gesagt, Zehnkämpfer, bist beim SC Hessen Drei Eich, die dich tatkräftig unterstützen. Wie oft bist du denn bei dem Verein? Ja, also gelegentlich. Immer wenn sie mich brauchen, ich besuche öfter mal eine Schule und versuche neue Mitglieder anzuwerben, die Leicherlick machen oder auch Fußball. Das ist im Endeffekt egal. Mein Motto ist, dass sich die Jugend bewegen soll. Ob sie nun Leicherlick oder Fußball machen, ist am Ende egal. Hauptsache nicht vor der Playstation sitzen. Und ja, solange ich ein paar Kinder begeistern kann, nachher in den Sportverein zu gehen, bin ich dann sehr happy. Warum ist für dich Zehnkampf die beste Sportart der Welt? Wird nie langweilig. Also ich bin ja auch, dadurch, dass ich sehr lange verletzt war, wurde ich immer gefragt, ob ich keinen Bock mehr auf Zehnkampf habe. Aber ich werde da nicht müde. Mir wird es nicht langweilig. Ich könnte jeden Tag auf dem Platz stehen und Training machen. Und ja, ich hoffe, dass meine Karriere noch lange dauert, weil ich will es einfach nicht missen, das Gefühl, auf dem Platz zu stehen. Machst du noch irgendwelche anderen Sportarten oder ist dafür gar keine Zeit mehr? Naja, zum Warmmachen spiele ich jetzt momentan immer Basketball. Das ist jetzt gerade so eine Sportart, die mir sehr viel Spaß macht. Früher habe ich gelegentlich Fußball gespielt, oder was heißt gelegentlich, ein-, zweimal die Woche. Das kann ich nicht mehr, weil meine Füße danach immer wehtun. Und als ich jünger war, habe ich noch Tennis und Handball gespielt im Verein, aber das ging irgendwann auch nicht mehr. Also Leichterleg, das nimmt schon viel Zeit in Anspruch, gerade der Zehnkampf. Und da bleibt halt für andere Sachen nicht mehr so viel übrig. Aber dafür ist ja die Abwechslung dann da. Also gefühlt hast du quasi schon so fast jede Sportart durchgemacht? Wahrscheinlich. Genau. Wie sieht denn so ein typischer Alltag von dir aus? Also wirklich vom Aufstehen bis zum Bettgehen? Ja, momentan bin ich ein Frühaufsteher. Ich glaube, das liegt an der Nervosität. Da bin ich schon so gegen sechs Uhr meistens wach. Dann mache ich mir ein schönes Frühstück, trinke einen schönen Kaffee und gehe dann irgendwann um zehn Uhr zum Training. Das Training dauert dann je nach Bedarf manchmal zwei, manchmal zweieinhalb Stunden. Danach gehe ich meistens in der Uni-Mensa essen, verkaufe mich da als Uni-Mitglied. Und ja, da gibt es aber eine gute Auswahl und vernünftiges Essen. Und dann kommt manchmal Mittagsschlaf, manchmal Physiotherapie, kommt auf den Tag drauf an. Und am Nachmittag, so gegen 16 Uhr, haben wir nochmal eine zweite Einheit. Und ja, die geht auch nochmal zwei bis zweieinhalb Stunden. Und danach guckt man sich auf der Couch noch einen Film oder Sonstiges an und geht dann auch schon wieder zeitig ins Bett. Genau, also es ist wirklich so ein Fulltime-Job. Genau. Sonntag ist so ein bisschen ein Ruhetag und du machst das wirklich auch hauptberuflich. Hast jetzt nebenbei nichts anderes noch am Start. Und das heißt, wenn die Karriere irgendwann zu Ende sein sollte, wie würde es dann weitergehen? Man hat ja meistens auch schon so ein paar Zukunftspläne. Ja, da bin ich glaube ich eine Ausnahme. Ich habe da noch keine Pläne. Ich mache mir jetzt auch keine Gedanken. Ich will erstmal Sport machen und ich denke mal, mit dem Alter werde ich auch irgendwelche anderen interessanten Aufgaben noch finden. Aber momentan bin ich so, dass ich einfach nur Sport machen will. Ich denke mal, die nächsten Jahre werde ich schon irgendwas anderes finden, was mir auch Spaß macht. Und dann werde ich mich darin vertiefen. Ich denke mal, der Ehrgeiz wird nachher im Berufsleben genauso sein wie in meinem Sportlerleben. Ich glaube nicht, dass ich da anders bin. Und von daher werde ich schon irgendwas finden, was mir irgendwann genauso viel Spaß macht. Und Carola, was erhoffst du dir jetzt von deinen nächsten Jahren noch als Badminton-Spielerin und auch als Unterstützerin hier von Michael Schrader? Ja, erstmal natürlich, dass wir beide verletzungsfrei bleiben. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten werde ich natürlich gucken, dass ich gute Spiele in der Bundesliga mache, dass ich meinen Verein dann noch unterstützen kann und einen Teil beitragen kann einfach. Und ich hoffe natürlich, dass der Micha noch seine Ziele erreicht, weil ich weiß, wie fleißig er ist und was für ein Talent er hat. Und es wäre schade, wenn man das durch Verletzungen einfach nicht erreichen kann. Ja, also dann vielen, vielen Dank, dass ihr heute in der Sendung war. Es war super interessant und wir werden euch natürlich weiterhin verfolgen. Und wenn es dann Richtung Olympia geht, natürlich auch gerne dich dann nochmal in die Sendung einladen. Ja, gerne. Liebe Zuschauer, ja, wir sind am Ende der Sendung und das ist leider auch meine letzte Sendung bei MEIN TV und ja, von AWI Angriff. Deshalb auch die Blumen nochmal ein herzliches Dankeschön an das Autohaus Kunzmann. Die Sendung wird es natürlich weiterhin geben und zwar mit meinen beiden Kolleginnen Bianca Walter und Julia Weihrauch. Ich möchte mich bei Ihnen für all die Jahre bedanken, dass Sie immer eingeschaltet haben. Und ja, wir sehen uns ja vielleicht so auch nochmal irgendwann. Also alles Gute und vielen Dank.